Langsam, ich seh' dich. Nein, ich seh' dich nicht. Ein Busch. So, ich bin an den Ruinen dran. Bist du so'n bisschen nach rechts abgedriftet, was die Ruinen angeht? Ja, ich bin rechts zu den Ruinen. Okay, dann ist kein Wunder, dass ich dich nie seh'. Okay, wollen wir uns bei dem Gebäude treffen? Ach, da hinten bist du, ich seh' dich. Jetzt bist du da bei dem Ausguck, ne? Genau, da bin ich. Stell' mich mal hin, vielleicht siehst du mich. Ich lauf' mal ein bisschen hin und her. Ja, jetzt seh' ich dich. Okay. Okay, also ich werd' jetzt... Mal guck's, da sind die zwei Hangarnetten. Ja. Da nebendran ist nicht... Da ist auf jeden Fall ein Zaun hinter mir. Da nebendran ist ein Gebäude. Ich weiß nicht, ob du das zweite Gebäude da noch weiter nebendran am Zaun sehen kannst. Da renne ich jetzt auf jeden Fall mal hin. Also da ist so'n Ausgucken. So'n kleines Ausgucken vorne dran. Ja, das kleine. Ja, da bin ich jetzt dran. Aber außer Schuhen ist hier nix. Gut. Dann, äh... Ich lauf' mal quer übers Feld, ja? Und ich renne zu dem Haus. Tötet mich nicht, tötet mich nicht, tötet mich nicht, tötet mich nicht, tötet mich nicht. Kann dich laufen sehen. Richtig auch. Und gleich gehst du in das... Also, die... Flügeltüren sind offen. Ja. Sehr gute Idee. Ist mir ein Speckpack? Ein Speckpack? Ein Speckpack? Was ist das denn? Ein Bandage. Sieht ja lustig aus. Die sind normalerweise im ersten Hilfekasten mit dran. Ja, aber die... Das sah so anders aus, irgendwie. Vielleicht hat's... Das Modell geupdatet. Im Bereich Eisen. Oh... Enten liegt jede Menge Zeugs. Ja. Ja. Eine Axt. Eine Axt? Keine Axt. Ach, keine Axt. Was ist das denn? Ach, das Searing-Kid für Leder. Ein paar Stiefel. Man könnte ja mal ein bisschen hier aus dem Fenster raus lünkern. Treffbare Gasofen. Also hier ist mal nix drin, ne? Nee. Dann hört die Scharge. Genau. Ich hab'n Zombie gehört. Ich genauso. Bleib doch mal stehen! Oh! Okay, dann also nach links raus Richtung Hangarnetten. Okay. Okay. Hast du immer noch das Gefühl, dass wir sterben werden? Ja. Ja. Hier ist... Außer... Wie viel? Ja. Nee. Irgendwie war hier schon jemand. Das Gefühl hab' ich auch. Was ist das? Schuhe. Rucksack. Ist da was drin? Hab' ich nicht nachgesehen. Hab' ich nicht nachgesehen, aber ich glaub' nicht. Nee, ist leer. Mann, Mann, Mann. Wie viel sind wir denn überhaupt noch? Wie viel sind wir denn überhaupt noch? Jede Menge. Oh! Doch einige! Den letzten Namen find' ich toll. Hans Solo. So. So. Und dann haben wir hier ne Bunkerchen drin. Von der anderen Seite, obwohl da kommst du gar nicht hin. Ach. Nix besonderes. So. Dann gehen wir mal in den Tower. Ja. In der Hoffnung, dass da noch irgendwas drin liegt. Ja. So wie das hier alles aussieht, hab' ich das Gefühl... Die Türen sind schon mal offen. Mhm. Unter der Treppe ist nix. Auf der Treppe liegt ein First Aid Kit. Das ist aber komplett ruiniert. Hier ist gar nichts. Die haben's richtig gehamstert, ey. Wenn jemand... Wenn jemand hier von der Wache kommt... Tja. Tür auf. Liegt ein Weapon Cleaning Kit. Aber nicht. Ja. Tja. Nix. War wohl absolut gar nix. Dann mach halt die Tür erst wieder zu. Dann mach jetzt wieder auf, bitte. Danke. Ja, würde ich sagen, geh mal wieder runter, ne? Ja. Oh. Da lag noch was im Regal. Regal. Was denn? Was denn? So. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Woanders hinzugehen? Ähm. Da vorne sind noch ein paar kleine... Kleine Hangars. Hangarnetzen. Hangarnetzen. Hangarnetzen? Also da vorne sind noch Häuschen. Ja, dann lass da hingehen. Da sind wir, glaub ich mal drin gestorben. Ich weiß, dass wir mal in einem Hangar gestorben sind. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir mal aufgenommen hatten. Da wurden wir durch die Fenster durch erschossen. Kannst du dich dran haben? Ja. Das war das, glaub ich, hier. Ne, ne. Das war ein Hangar. Weil hier kommst ein... Ne, das war da hinten so ein Ding. So ein Ding. So ein Ding. So. Bisschen... als ich. Ja. Bein kaputt. Ja. Das ist... Find ich. Es ist... Was? Ruhig. Ruhig. Unlogisch. Ach, unlogisch. An die Aufnahme her. Was ist unlogisch. Das... Das kaputte Bein schneller bist als ich. Ach so. Und? Ist im Ausguck jemand? Ne. Was? Glück. Ja, ich hab geguckt. Ich hab gesagt, Glück. Ach so. Hier drin sind wir mal gestorben. Ja, das ist doch richtig, doch. Weil in den Hangarnetten sind nämlich keine Fensters. Was? Egal, was da liegt. Ich kann es nicht... nutzen. Ich trinke mal einen Schluck. Das glaub ich ein Guest-Dorf. Aber es geht. Das wird nicht angezeigt. Nein, es war... Gaslampe. Okay. Wenn man den... Ego-Modus gegangen ist. Sind grad voll im Schwarm am rumschwimmen. Hm. Sind das Schwarmfische? Also man soll auf jeden Fall mehr als einen kaufen. Dann geh ich mal davon aus, dass es Schwarm... Schwarmfische sind. Ich wollte eigentlich noch ein paar Platis kaufen. Aber die hatten da im Becken... Ähm... Oh. Äh... Eine Krankheit und deswegen haben die die nicht verkauft. ... Hier oben ist gar nix. Aber hier sind die Türen zu. Ein Kugelschreiber liegt hier. Ja. Jetzt kommt wieder der alte MacGyver. Wie geht's, ne? Ich hab... Hier ne... Hier gehen keine Türen auf. Also ich würd nur sagen, hier... ...war schon jemanden. Ja. Ja. Oh! Hier ist jemand... ...in dem Häuschen rechts von dir. Also wenn du rauskommst in dem Häuschen rechts... ...ich bin bewusstlos. Oh! Fucken! Ja, bewusstlos muss hier nicht tot heißen. Ich hab Angst. Diek! Auf Boden! Nein, nein, nicht! Nicht schießen! Mein Bildschirm ist schwarz. Ach, das war ja klar. In dem Häuschen rechts. Mhm. Kommst aus der Tür rechts ist ein kleines Häuschen. Da stand der drin. So ein Ausguck oder was? Ne, ne, so ein kleines flaches Häuschen. So ein Schuppen. Da stand der drin. Oder guck einfach wo meine Leiche liegt. Da wird er wohl sein. Warst du mitten drauf? Wo bist du gestorben? Außerhalb. Ach, da bist du. Wow! Er hat geschossen. Wo ist der denn? Ich seh den gar nicht. Also der war in dem Häuschen drin, als ich ihn zuerst gesehen habe. Aber ich vermute mal das auch auflaufen, um mir dann den Rest zu geben. Ich weiß nicht wo der ist. Da ist er. Ich weiß nicht wo der ist. Was soll ich jetzt machen? Der steht da mitten drauf. Der steht da mitten drauf. Fuck. Ah, ich bin tot. Nur weil dieses dumme Gewehr nur einen Schuss hat. Das tut mir leid. Und ich hab da nicht dran gedacht. Das war alles was ich finden konnte. Aber besser als gar nichts. Ah. Neustart? Ja, gerne. Hilft dir. Hilft dir nix. This will kill your current character. Hm. Hm. You are dead. Hm. So. Jetzt grad mal was trinken. Ey, der war grad schon wieder hier. Mein Herzpuls war schon wieder auf 5000. Weißt du was so schlimmer ist? Dein verfluchtes Gefühl hat sich schon wieder bewahrheitet. Ja. Das ist schlimm, ne? Wann immer du... Ich hab da so ein Gefühl. Gehen wir woanders hin. Ganz egal wohin, nur weg. So. Wo? I feel... Super. I feel hungry. Ja, ich auch. Ich hab... Ich hab Wasser zu meiner Rechten. Äh... Okay, dann geh ich in die andere Richtung. Ich... Ich... Ich geh erstmal in die Richtung. Da sind Häuser. Ich sehe keine Häuser. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal mit dem Wasser zu meiner Re... wo lang? Ich glaub ich bin der Kamischowo. Schön wenn ich in der Nähe irgendwo wäre. Ich bin der Kamischowo. 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 Ja. Dann geh ich da mal grad in das Hütchen, äh... Meine ganze Ausrüttung ist weg. Ja, meine auch. Äh... Ich weiß was so schlimm ist, wir spielen jetzt die ganze Zeit hier PvP. Wir haben noch nicht einen... Wir haben überhaupt noch nie in diesem Spiel einen Menschen getötet. Das ist richtig. Wir haben einen blutig geschlagen, ja. Aber wir haben ihn nicht getötet. Aber gut. Nein. Einen zu töten? Dann haben wir ihn laufen lassen. Da vorne. Da vorne. Der erste der mir über den Weg läuft, erschieß ich. Mit deinen Fäusten. Wenn ich kann. Fäusten, ja ich weiß. Und äh... Giste und... Runder Peng. Ich sehe zwei Häuschen. Was ist das denn? Ein Lockpick? Das ist ein... 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 Dietrich. Ja. Hatte ich auch gerade. Noch. Nimm mal mit. Ja mach mal. Ich hab noch nix gefunden, was man irgendwie knacken könnte. Aber okay. Hier ist ne... hier ist ne... ein Dings... Bums. Und noch was. So. Ich bin jetzt hier auch ganz ganz vorsichtig. Tja. Okay, ich weiß wo ich bin. Du bist ein Kamishowu. Ich bin äh... In dem kleinen Kaff vor... Soll... Nitsch nie. Also, ein bisschen weiter nördlich von dir. Bei... Factory? Oder weil so... Nits... Noje. Ich weiß nicht, das hat bei mir keinen Namen. Das sind so zwei, drei kleine Häuschen. Es könnte sein, dass das Factory bei dir ist.